So, wir sind zurück mit großen Schritten. Wie geben wir uns auf das Finale? Captain, wir haben den letzten der Detonations-Packs angebracht. Gut, Henrich. Gehen Sie zu den Chappels und kehren Sie zur Eurenschaltung. Wow, wow. Okay. Mitnehmen, was man mitnehmen kann, ne? Da ist nix, da ist onyx. Es bleibt nur noch der Aufzug. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt hier auch vom Leben. Ich hoffe, wir tun das Richtige. Ha, ich auch. Oh, ne. Die darf ich nicht vergessen. Die darf ich auch nicht vergessen. Diese kleinen Viecher, die sieht man nie. Okay. Die Zerstörung, ja. Und dieser Warsor, den wir eben gesehen haben, das wird der große Endgegner werden. Und ich denke mal, oder, naja, ich will es nicht hoffen, dass ich mir bei dem die Zehner ausbeiße. So war's das jetzt? Meine Güte. Hallo. Ah, okay. Das war ja wieder klar, dass da wieder jetzt was fehlt. Sieht so aus, als wären der Beinahe und... Januar 2 war mir evakuiert. Und so hat die Dünalationsfaxen platziert und abgeschafft bereitet. Manche, wie nimmt der? Nicht? Hab einen. Ja, ich auch. Ich hab sogar zwei. So, und das. Da brauchen wir nix. Und jetzt hier runter, oder was? Oder vielleicht doch nix. Oder vielleicht doch nix. Kein wenig von hier? Nein. Und auf geht's. Tja, jetzt wissen Sie, dass wir hier sind. Okay. Okay. Sie müssen das Material, das von den Harvestern genannt wurde, in den Sorge der Händler auch zu vertreten werden. Man kann ja nie wissen. So. Oh wei. Ich brauch Leben. Ich brauch Leben. Tja, aber das ist alles nicht das Richtige. Na gut, muss ich damit wieder kämpfen. Kommt, Leute. Weiter geht's. Ah, die Sau. Komm her. Das wussten Sie auch vorher. Was soll das denn immer hier? Ei, 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 ei. So langsam wird's eng, Freunde. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Oh, das ist echt. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Ich bräuchte doch, dass es nicht so leicht werden würde. Wieso? 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 Stürm, Stürm, Stürm. Oh. Gott sei Dank, geschafft. So. Jetzt geht's weiter. Lass dich auf. Uh-oh. Da ist die Forge. Munro an Tuvok. Wir haben den Generator gefunden, der die Dämpfungsfelder erzeugt. Ausgezeichnet, Mr. Munro. Zerstören Sie den Generator und wir werden die Detonationspacks aktivieren. Dann werden wir mit der Evakuierung beginnen. Verstanden. Fähnrich, es ist wichtig, dass Sie erfolgreich sind. Die gesamte Besatzung der Voyager zählt auf Sie. Tuvok, Ende. Danke für Ihr Vertrauen. Wir sind bereit, Alex. Ja, aber ich dich. Ich bin fertig. Hallo? 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 No! Aha. Finden Sie die Möglichkeit mit dem... Okay. Jetzt wissen Sie, dass wir hier sind. Boah, diese Sprüche immer. Jetzt wissen Sie, dass wir hier sind. Das wussten Sie auch schon vorher. Alex, hierher! Los geht's, Fenrich! Ach, die stehen da, oder was? Unbedeutende Kreatur. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Diese Forge ist die erste von Millionen. Wir werden die Saad aussetzen. Sie wird zu einer neuen Forge wachsen und weitere Tausende erschaffen. Ihr habt einfach nur das Unvermeidliche verzögert. Vorsucht eure Galaxie erobern und dann unzählige weitere. Juro! Sie hat die Stimme wieder abgeblockt. Es muss sie überwältigt haben. Alex, hören Sie zu, wir müssen hier raus. Alles hier wird in die Luft gehen. Kommen Sie, gehen wir. Chang, nehmen Sie Juro und bringen Sie sie zurück zur Voyager. Moment, was? Alex, wohin gehen Sie? Sie haben die Visionen gesehen. All das wird wieder von vorne beginnen, wenn ich diese Saad nicht aufhalte. Warten Sie, wir sollten... Nein! Sie müssen Juro zurück zur Voyager bringen. Meine Entscheidung steht fest. Gehen Sie! Aber... Natürlich! Und ich habe wieder kein Wörtchen mitzureden. Natürlich! Wollen wir uns hier erstmal aufladen. Denn wer weiß, was jetzt noch alles kommt. Na, die Energie spare ich mir lieber. Hä? Moment mal. Da hinten ist ein Aufzug. Ach ne, mit dem bin ich doch gekommen. Nein! Das war verkehrt. Das war richtig. Nein! Ich hätte mit dem Aufzug fahren sollen. Ich Idiot! Ach... Kein Kommentar, bitte! Los, komm her! Das war richtig. Oh nein! Aber bevor wir da gleich hochfahren, werde ich Schluss machen. Dann sehen wir uns im letzten Teil. Äh, im nächsten Teil. Letzten Teil. Wieder, wie es weitergeht. Mit Vorsort. Also, bis dahin. NRW über 18. Adieu!